Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte von Albert und die Maris, was in eurem Maris passiert ist. Der Albert und die Maris, 50 Jahre verheiratet. Mein, das ist schön, die Goldenen Hochzeit gefeiert. Unsere Goldenen Hochzeit ist immer im Dach. Welche dann sind viel älter Leute und dann tun sie gerne im Dorf feiern. Und das Fest ist gegangen bis, wie das, bis sie war vier. Und bis sie alle heimgegangen sind, hat sie gesagt, Maris, jetzt gehen wir ja mal so ein Wolkchen wieder. Dann hat sie gesagt, ja, warte mal, ich geh mal einen Schlappen suchen, von welchen meinen Fieschen tun so weh ist und von den Schuhen da her. Dann hat sie seinen Schlappen gesucht und hat sie angetan, während sie in den Wolkchen gegangen sind und sie sind gegangen. Und noch einmal, während sie in den Wolkchen gekommen sind. Und da, bis sie weiter kam, hat ein paar Träger gewinnt und hat ihr gesagt, Maris, jetzt machen wir ja noch mal wie früher, von 50 Jahren zurück. Und dann hat er die Maris das geholt und wie es auch passiert hat. Und die Maris, die hat sich ja so bewegt und geschreut und alle haben Dings da hergemacht. Und dann nachher hat er gesagt, aber Maris, du bist ja besser wie vor 50 Jahren zurück. Da hat sie gesagt, ja, aber vor 50 Jahren zurück, hat die Leute doch keinen Schock am Trott gehabt. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, dass sie nur noch verletzend sind. Ehingle auch noch einmal. OK, wir wollen doch mal was. Wer ist ein Schock am Trott? Ich weiß nicht, wie ihr da habt. Wir wollen euch das Auto und Ruhe. Wir wollen euch das nicht, wie es du we Oak Mater und Ruhe. Wir wollen euch das nicht. Wir wollen, dass du es nicht gleich. Vielen Dank.